Guten Morgen! Heute dachte ich mir, ich drehe mal meinen ersten Follow Me Around. Heute ist Samstag und ich bin zum Schulanfang eingeladen und habe heute eigentlich noch ziemlich viel vor. Und ja, da dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit. Weil irgendwann muss ich eh anfangen mit den Follow Me Around zu drehen, weil mein Kanal heißt ja nicht umsonst Messer on Tour, dass ich euch mitnehme. Und ja, und ich denke mal, dass ein guter Tag zu üben ist. Da hau ich jetzt so halb 10 und ich bin auch extrem müde, weil wir haben jetzt auch noch gestern Abend bis zum 3 gemacht. Freunde waren bei mir da und ja, aber ich werde schon durchstehen. Ich werde mich jetzt erstmal fertig machen und duschen gehen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann! So meine Lieben, ich bin jetzt fertig mit Fertigmachen. Und ja, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich freue jetzt meine Schwester ab und dann fahren wir erstmal einkaufen, weil wir noch was für den Schulanfahren besuchen müssen. Und ja, los geht's! So, wir sind jetzt endlich zu Hause, sind fertig mit einkaufen und jetzt kann es endlich losgehen. Wir müssen jetzt noch Geschenke einpacken für den Schulanfang. Und dann müssen wir noch Wackelpudding machen. Wodka Wackelpudding, um genau zu sein für die Älteren, die schon etwas Alkohol trinken können. Das zeige ich euch dann auch, wie ich das mache mit meiner Schwester. Und ja, und räumen die Küche ein bisschen auf, weil die sieht noch ein bisschen aus von gestern Abend. Und ja, dann bis gleich. So, jetzt machen wir den Wackelpudding, den Wodka Wackelpudding, was ich vorhin schon angekündigt habe. Dafür brauchen wir... Da wir zum Schulanfang eingeladen sind, müssen wir natürlich auch Geschenke mitbringen. Und dann haben wir da mein Freund zu einem anderen Schulanfang eingeladen. Das ist ein Licht. Er hat natürlich auch noch Geschenke, das wir hier bringen. Dann haben wir ein tolles Buch geholt. Ich lerne lesen. Und ein paar Buntstifte und ein paar Kohleleuchtfilzstifte. Und natürlich dieses Kleine. So, da wird das Buch natürlich nicht in eine Zuckerschüte reinkriegen. Ich muss mir das halt normal einpacken und alles geschenken. Ich mag ein bisschen wunderschönes, hohe seines Denkpapier. So. So eigentlich, ja. Schön. Sieht aus. So. 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 Es ist ja noch ein Glas wenn das! Ja. Noch viel grünes? Ja. Ja? Ein kleiner Tipp, wenn wir jetzt Bremion durchschieben, in den Malz. Dann machen wir uns ein paar Zugnoten, ohne dass jemand den Finger verfallen muss. Cool, oder? So, das ist schon so. Zu schnell kann ich gehen. So, jetzt machen wir das. So, mit der Sexschneid oder sowas. So, mit der Sexschneid oder sowas. So, mit der Sexschneid oder sowas. Danke, Heidi! So, es ist geschehen, wir hatten. Das habe ich noch gefunden, ein Eule-Arbel-Zee und soll natürlich auch mit verschenken. Dafür mache ich es eben einfach schneiden. Jetzt hin. Bist zu schnell. Das ist mein Weg der Kamera. Mach mal noch eine Öse, so ein bissel rund die Öse oben. Genau. So, jetzt schneiden wir die Eule jetzt noch ein. So. 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 Ich schenke noch mal eins fertig, so. Schön. Tidaa. Hier natürlich auch Süßigkeiten, Rihanna. Schöne. Sehr. Und so, Bananen. Ein Horn? Ein Horn, sogar. Ja. Hey. Ich muss jetzt hier noch das Preis wieder aufmachen. Was ist das? Was ist das? Ist ich doch nicht. Eigentlich steht da irgendwie noch ein kleines Kudel-Tür oben drauf. Die haben genug zum Spielen, ey. Und es reicht. Na, du musst aber noch ein bisschen oben rum. Wann? Wann? Was tut das? Nein, das schleifst du mal noch vordrehen zum Einhorn. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das geht nicht. Genau. Warte, nicht scharf. Ist scharf. Ist scharf. Was hat uns das Kind? Was hat uns das Kind? Quatsch, meinst du das Kind? Das ist die... Haben sie sich die Eltern Tönzeichenpapier gewünscht? Die Eltern? Für ihr Kind. Ja, genau. Ein normales Papier. Da haben wir natürlich auch einmal gefehlt. Auch ein schönes Ich-Lern-Leben-Buch gesehen. Die Knie, die haben sie sich gewünscht. Für die Stifte, die hat jetzt zum Atmen und so einen tollen... Das Rohr abstellen. Das Ding ist gut. Wie willst du denn das andere Ding verpacken? Ja. Wir packen das einfach zu. Na dann viel Spaß. Wie ist das? Viel Spaß. Wie ist das? Wie geht's das? Wie geht's das? Benut. Wie ist das? Wie ist das? Wie gilt das? Wie sieht das denn? Wie ist das? Hoppla So machen wir genauer und gucken Wir kriegen sehr nach China, wir sind interessiert das TV ist Das ist okay Das ist da Und dann packst du auch das den drauf Das kannst du ja Das kannst du ja Das ist ja cool, oder? Ja So Nüß Und Umdrehen oder was? Du hast einen Fed Oh mein Gott, nein, ich schreie nach oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne, die würde ich auf die Zuckertür drauf setzen, oben zum rausgucken. Na, schleift schon erstmal noch. Spaß kommt zum Schluss. Na hier, anlasst du. Schön! Jetzt haben wir eine Rote Hade. Inzwischen werden wir von Disney mit Bellen. Richtig. Richtig. Nach hinein haben wir eine Applausche gefunden. Das übelste Kackett von draußen. Das hat aber auch so schön gekriegt. Ich will es halten. Das war's. Scheiße. Scheiße. Nein. Ui, ui, ui. Sie sind. Ja. Warum ist es wieder hinten? Es ist weh. Okay. Nein. Fein. Fertig. So. Dann hab ich natürlich der Eule dann auch mal eingeschaltet. Ich setz mir das hier schön mit rein, damit die Gatte aussieht. Und ja, jetzt müssen wir uns auch fertig machen. Und hier geht's auch schon los. Bis dahin. So, ich bin jetzt fertig. Und jetzt kann's eigentlich losgehen zum Schulanfang. Ich warte jetzt mal auf meine Schwester. Die wurden bis nach 8. Meine Eltern kommen auch mit. Und ja. Ich bin mal gespannt, ob sie sich freuen über das Geschenk. Okay. Der Wackelpuffing ist übrigens noch nicht fest. Der ist noch so ganz leicht fest geworden. Wir versuchen den jetzt heil bis dorthin zu bringen. Und dann vielleicht versuchen den Gefrierer zu stellen oder so. Und wir haben mal sehen. Es wird eigentlich eine Stücke fahren auf jeden Fall. Wir sind jetzt beim Schulanfang angekommen. Und was sehen wir als erstes? Bitte, was ist das für ein geiler Schulanfang, das da ein Quad zur Verfügung steht? Wir können damit also rumfahren. Und machen was wir freuen. Und ja, und das probieren wir natürlich gleich aus. Bis zum nächsten Mal. 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 Aber es geht voll ab, gerade wenn man das Ding noch nie gefahren ist oder sowas und ja... Ja... Wir gehen jetzt erst mal Abendessen und mal sehen wie der Abend sich weiterverläuft. Bis dann! So, wir haben jetzt fein gegessen und es war lecker Pude und Schwein auf Spieß vom Feuer und jetzt ist der Rohr. Und ja, jetzt haben wir jetzt endlich den Wackelpudding rausgeholt und wir sehen... Ja, wir hatten ihn vorher zwischendurch eingefroren gehabt und sonst wäre das Ding irgendwie niemals geworden. Und ja, jetzt haben wir ihn rausgestellt, haben ein bisschen noch aufgerauen lassen. Und siehe da, er ist fest geworden! Und ja, jetzt werden wir den hier vorzuhören. Wir haben ihn schon angepackt. Und das kann dann in eine Schnapsgäse gefüllt werden oder bei Sohn dahin genommen werden. Ich denke, er kommt gut an. Schmecken tue so auf jeden Fall schon mal. Ja, sehen wir uns dann endlich mal später am Feuer. Wie süß! Gut! 2 2 3 2 3 4 5 5 Oh, nicht so schlimm. 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 So, meine liebe Freunde, jetzt haben wir es schon Viertel 1 rum und jetzt lassen wir den Abend in Ruhe ausklingen. Der Wackelpudding kam übrigens gut an. Obwohl er ziemlich wackelig ist, schmeckt er trotzdem gut. Und das nächste Mal brauchen wir wahrscheinlich mehr Schallantien. Und ja... Und ja, wir sitzen jetzt alle noch gemeinsam am Feuer und das Feuerwerk haben wir ja schon genossen, wie ihr gesehen habt. Und ich habe euch hat mein erstes Follow me around gefallen und... Und wenn es euch gefallen hat, dann immer fleißig Daumen hoch. Wenn ihr noch andere Ideen habt für meine nächsten Follow me around, dann immer fleißig in die Kommentare schreiben. Und vergesst mich nicht zu abonnieren. Und vergesst mich nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hm, tschüss. Musik Bis zum nächsten Mal.